Meine Damen und Herren, es ist ja richtig heiter, an dieser Debatte teilzunehmen. Ich will zunächst einmal auf die Ausführungen des Abgeordneten Müller von der AfD eingehen, der den Antrag der AfD hier begründet hat. Der Antrag der AfD ist nicht unbedingt Schammers, Herr Kollege Kurz, sondern er ist von nicht zu überbietender Allgemeingültigkeit. Denn dort steht, die Landesregierung wird aufgefordert, alles in der Macht stehendes Unternehmen, um weitere Arbeitsplatzverluste in der Automobilindustrie zu verhindern. Wer ist da eigentlich dagegen? Wie gesagt, Schammers ist vielleicht doch nicht der richtige, außer eher Allgemeinplätze oder Unverbindlichkeiten, die zunächst uns ja auch nicht weiterbringen würden. Nun haben Sie, Herr Kollege Müller, eine Philippi K. geritten gegen die Entscheidung der letzten Jahre und haben also gesagt, dass er alles linksgrün versifft. Nun würde ich Ihnen sagen, Sie haben also jetzt im klassischen Sinne eine rechtsbraun versiffte Rede hier gehalten. Denn versifft heißt ja verschmutzt, das werden Sie wissen, also rechtsbraun versiffte Rede ist so zu begründen, meine Qualifikation, dass Sie eben hier eine Rede gehalten haben, die sich gegen alle Grenzwerte gerichtet hat. Und das ist eben, ja gehen die gelten, meinetwegen, das ist nur wirklich, ja, das ist nur wirklich versifft, also verschmutzend, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich bemühe mich ja für Argumente einzugehen. Und von dieser Verschmutzung müssen Sie loskommen. Denn da Sie auch kein einziges kritisches Wort an die Adresse der Automobilwirtschaft gerichtet haben, setzen Sie sich ja auch dem Verdacht aus, dass Sie hier, weil wir eben so schön bei rechtsbraun versifft sind, dass Sie hier Industrieinteressen vertreten und Arbeitnehmerinteressen nur vorschieben. Wir sind hier als Parlament gehalten, eben auch wirklich die Industrie zu kritisieren, wenn sie sich falsch entwickelt hat. Und bei Ihrer Rede musste ich denken, ich war zufällig auf dem Derotheen-Friedhof in Berlin gestern, dort habe ich Brecht gesehen, dort habe ich Hegel gesehen, das gab aber auch John Hartfield, und musste bei Ihrer Rede jetzt an diese berühmte Grafik, der Sinn des Hitler-Großes denken. Da stand nämlich hinter Hitler ein sehr anonymer Mann, der also dann das Geld in die Hände von Hitler gelegt hat. Also ich bin ein Gegner anonymer großer Parteispender, deshalb musste ich, als ich Ihrer Rede zugehört habe, musste ich an diese berühmte Grafik von John Hartfield denken. Es ist also jetzt wirklich nicht zulässig, dass man hier die Grenzwerte überhaupt in Frage stellt. Und selbst wenn man also auf die Begründung der AfD, ich will das dann aus Jux mal tun, eingeht und sagt, der Klimawandel ist nicht unbedingt menschengemacht, ich gehe jetzt mal darauf ein, dann wäre aber immer noch dem entgegenzuhalten, dass wir in den Straßen hier, und das ist wirklich unstrittig, ich habe auch noch keinen AfD-Politiker gehört, der das bestritten hat, dass wir in den Straßen hier ja eben bestimmte Schadstoffkonzentrationen haben, dass da eben Menschen sich bewegen und dass da auch eben Babys mit Kinderwagen gefahren werden. Und es hat noch keiner ernsthaft versucht zu bestreiten, dass im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung die Grenzwerte in der Möglichkeit eben immer höher angesetzt werden, um die Menschen zu schützen. Und deswegen nochmal, das war rechtsbraun versifft, was Sie hier vorgetragen haben. So, dabei haben Sie ja in der Begründung, wenn ich jetzt einen Hinweis gegeben habe auf die Dieseltechnik, und da möchte ich nur mich dem anschließen, was der Kollege Hans-Peter Kurz hier sehr qualifiziert vorgetragen hat, man muss nämlich bei der Dieseltechnik tatsächlich Acht geben, dass nicht Industrieinteressen, und deswegen sprach ich davon, die Automobilwirtschaft in eine Richtung drängen wollen, zugunsten der einheimischen Industrie oder zugunsten der eigenen Interessen. Ich weiß noch, als früher eben die Kernenergie beispielsweise immer gegen die CO2-Belastung gewettert hat, weil sie gehofft hat eben, dass sie dadurch eben besser ins Geschäft kam. Das ist jedem bekannt, der früher eben da beteiligt war. Aber wer das ganze Spiel durchschauen will, dem empfehle ich die Lektüre eines Buches von Naomi Klein, der Umweltaktivistin, die dargestellt hat, wie auch Umweltverbände oft im Interesse von Konzernen stehen, und daher versuchen die im Interesse der Konzerne dann die Debatte in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und ich bin durchaus der Meinung, dass Ihre Kritik und Ihre Vorgängerin an der Deutschen Umwelthilfe oder die Frage, dass sie durchaus Berechtigung hat. Wenn ich einen Verband sehe, der einen Millionenhaushalt hat, nur ein paar hundert Mitglieder, und beispielsweise von Toyota gefordert wird, dann stelle ich mir die Frage, in welchem Interesse handelt dieser Verband. Wir als Parlamentarier sind aufgerufen, eben zwischen den Interessen der einzelnen Industriebranchen zu vermitteln und dürfen nicht einseitig hier irgendein Interesse vertreten. Jetzt bin ich etwas traurig, Herr Kollege Kurs, dass Sie unserem Antrag nicht zustimmen, denn der hat durchaus eine gewisse Begründung. Sie haben dargelegt, welche Technologien jetzt gefördert werden müssen, darunter fällt eben die Elektromobilität, wobei keiner von uns weiß, in welche Richtung es abschließend gehen will. Das haben Sie auch hier sehr qualifiziert vorgetragen. Aber eines ist klar, die Batterietechnik wird in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Und wenn es eben beim Hybridauto ist, in irgendeiner Form wird sie eine Rolle spielen. Und da muss ich jetzt darauf hinweisen, dass wir doch in einer bestimmten Situation sind und eine Chance hier haben. Ich wundere mich, dass das im Antrag der Regierungsfraktionen nicht steht. Der Bundeswirtschaftsminister, ist ja hier bekannt, hat vor einiger Zeit vorgetragen, dass er eine Milliarde investieren will, um Anschubprojekte zu fördern, was die Batterieherstellung in Europa geht. Und er hat gesagt, es geht hier um Anschubprojekte, die nicht zuletzt auch das Saarland bewirbt sich darum. Und er hat auch gesagt, es geht um deutsch-französische Zusammenarbeit. Und er hat sogar gesagt, wir wollen also mit fort eine Kooperation, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, warum greifen wir das nicht auf und ersuchen den Bundeswirtschaftsminister, das ist der Sinn unseres Antrags, diese Chance auch für das Saarland zu ergreifen, Batterieproduktion hier, das soll 1.000 bis 2.000 Arbeitsplätze geben, pro Konsortium, das er angesprochen hat, soll gefördert werden. Wir halten das für richtig, wird überwiegend für richtig gehalten. Ford ist im Spiel, Frankreich ist im Spiel. Ja, dann wäre doch eine Chance, endlich mal was für uns zu tun. Deshalb würde ich Sie bitten, unserem Antrag zuzustimmen. Ich würde nur bedauern, wenn Sie das nicht tun wollen. Generell möchte ich noch sagen, dass wir hier dieses Thema der Automobilwirtschaft an der Saar ja nicht jetzt zum ersten Mal hier aufrufen. Als wir hier noch montanlastig waren, so hieß das, die Älteren wissen noch, dass wir mal über 60.000 Arbeitsplätze im Bergbau hatten. Als ich hier ins Hohe Haus einzog, hatten wir 16.000 Arbeitsplätze bei etwa bei Röschling, Völklingen, so hieß das damals und so weiter und so weiter. Die Arbeitsplatzzahlen der Dillinger-Hütte waren relativ konstant über Jahrzehnte. Dann wurde die Automobilindustrie groß und dann hat man dann irgendwann gewarnt, wir sind vielleicht zu lastig, was die Automobilwirtschaft angeht. Das war eine Diskussion quer durch die Wirtschaftswissenschaften und auch Vertreter der Wirtschaftsverbände haben dies gesagt. Wir haben jetzt, das haben Sie in Ihrem Antrag angeführt, mit 44.000 Arbeitsplätze hier an der Saar in der Automobilwirtschaft. Und da können wir jetzt leider nicht sagen, ja, das ist zu viel oder es wäre besser, wenn wir es anders hätten. Wir können eben nur den Weg gehen, den Sie auch in Ihrem Antrag angedeutet haben. Wir müssen alles versuchen, dass wir im Wettbewerb mit anderen mithalten. Und das ist der Konsens hier, soweit ich das sagen darf im Haus. Das heißt aber nicht, dass wir rechtsbraun versieft, ich benutze Ihre Sprache, gegen Grenzwerte zu Felde ziehen, sondern dass wir darauf drängen, dass günstigere, umweltfreundliche Produktionen auch hier an der Saar entwickelt werden. Das ist doch die einzige Schlussfolgerung, die wir haben können. Und leider hat eben Fortes versäumt nach den Statistiken, die uns vorliegen, entsprechende Abgasmotoren zu entwickeln, die eben sehr niedrige Werte haben. Leider ist die Durchschnittsgröße in der Fortproduktion relativ hoch. Das ist eine Herausforderung. Das ist keine Verantwortung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist eine Verantwortung des Managements, die also früher hätten erkennen müssen, was sie jetzt sagen, dass sie in die umweltfreundliche Produktion einsteigen müssen und dass sie eben dann nur eine Chance haben, sich längerfristig zu behaupten. Dazu kommt natürlich noch, dass wir hier gegenüber Fort sagen müssen, wir haben an der Saar Vorleistung gebracht. Auch das könnte beispielsweise dann die Landesregierung, aber auch der Bundeswirtschaftsminister in solchen Diskussionen vorbringen. Das ist dieser Automobilzuliefererpark, den wir aufgebaut haben, in Abstimmung damals mit der Geschäftsführung und in Abstimmung damals, ich habe es hier schon mal erwähnt, sogar mit der Leitung des Ford-Konzerns in Detroit. Jetzt wäre eine einmalige Chance, deswegen habe ich das hier gesagt, diese Anregungen aufzugreifen und für die Saar nutzbar zu machen. Ob das was wird, das weiß ich ja nicht, aber versuchen muss man es zumindest. Und dass ein Bundeswirtschaftsminister die Chance hat, Investitionen hier in Saarland zu lenken, das wird ja wohl niemand hier ernsthaft bestreiten wollen, der die Geschichte des Landes kennt, der das Ford überhaupt angesiedelt worden ist, war ein Zusammenwirken damals der Landesregierung mit Ludwig Erhard. Also warum sollte, die Büste steht ja im Bundeswirtschaftsministerium, alle haben sich irgendwie als Ludwig Erhard begreifen, also der gräfstige Ludwig Erhard von der Saar nicht auch mal irgendetwas hier für unser Land tun, das wäre zumindest der Wunsch meiner Fraktion, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, ich fasse also zusammen. Uns kommt es darauf an, deutlich zu machen, dass es nicht nur darum geht, wie Sie auch, zu sagen, wir brauchen eine umweltfreundliche Technik in der Automobilwirtschaft, da sind wir einig, wäre ja völliger Unsinn, dass irgendjemand etwas anderes hier fordert würde und wie gesagt, rechtsbraun versifft, eben das Gegenteil fordern würde. Es geht darum, eben die Zeichen der Zeit zu erkennen, zu wissen, dass keiner von uns genau weiß, welche Technologie sich durchsetzen will, aber dass wir eine Chance vielleicht ergreifen müssen. Und in diesem Sinne bitte ich, wir werden Ihrem Regierungsantrag selbstverständlich zustimmen, vielleicht auch dem Appell an den Ludwig Erhard von der Saar, den wir hier verborgen haben, zuzustimmen, dass wir eben wirklich vom Saarland, vom Land aus sagen, bitte, jetzt engagiere dich mal für dein Heimatland und tu was für die Beschäftigten bei Ford. Du hast Ford genannt, du hast die Grenze genannt, eine einmalige Chance. Ich danke Ihnen für Ihr Aufmerksamkeit.